Dann machen wir genau das! Das würde ich auch am besten hinkriegen, allerdings. Dann machen wir das hin, dann. Hang on. Fuck am I got. Got shit to do. I'm pissed off and I got shit to do. Just smack that hoe with my big doo-doo-doo. Yeah! Fuck. Das war ein bisschen zu früh. What? What? Was auch immer. Okay, irgendwas ist da unten, was nicht ganz koscher ist anscheinend. Ich hab nach oben gedrückt, aber nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Who the fuck are you? Huh? What? So. Daddy! Und so kriegen wir sogar die Items. So, genau. Manchmal, wenn du genau das machst, was ich hier eingebe, dann überleben wir sogar beide. Ich weiß, größtenteils nicht, aber dennoch. Teilweise kannst du nicht mehr vertrauen Lara. Gämmchen. 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 Ja. Da dachte ich kann von hier das irgendwie andödeln, aber anscheinend nicht. Und direkt einen Shotcut geschaffen. Profit! Nice. Muss allerdings, hier muss eigentlich noch irgendwas sich befinden. Irgendeine Art Collectible oder so. Oder auch nicht. Okay, schade. Hätte es sein können. So spät. Oh, da ist noch einer. Sehr gut. Zum Glück haben die Kollegen noch nie anscheinend auf irgendwas geschossen. Das war unser Vorteil. Perfekt. Ist eigentlich da eine Tüte jetzt gerade zu uns rüber gesprungen. Achso, ja, ich glaube, der ist mir gefallen. Logisch. Was war Jonah eigentlich da vorne? Sollte der nicht normalerweise irgendwo hier hinten am Boot sein? Mr. Jonah. War doch hier oben, glaube ich, oder? Yep. Thanks. What's wrong? Alex should have been back by now. Help! Help! It's Dr. Whitman. Jonah, help! Schutgun auf Range ist nie eine gute Idee. Werft ihn einfach ins Wasser. Ich mag ihn irgendwie nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist das? Was ist das? Ich habe versucht, dich zu warnen. Wir haben nicht Zeit für das. Schau, ich weiß nicht, was das Problem ist zwischen den beiden. Und ich will dir die Wahrheit nicht mehr. Ich habe nur ein paar Worte. Schau, eine andere Worte und ich versuche auf Gott, ich werde das kostenlige Dienste von deinem. Stop, stop, stop. Wenn wir gegen uns selbst kämpfen, dann verlieren wir. Du bist richtig. Das ist weshalb das nicht passiert. Okay? Ich gehe nach Alex. Wo waren die Geräte? Die Runde. Er kann sich selbst beherren, Lara. Gut. Dann werden wir bald wieder zurück. Werft ihn einfach ins Wasser. Hier. Geh dieses Böse. Ich habe es für dich, seit ich es gefunden habe. Es ist körperlich. Du kannst ein Böse in fast alles. Danke, Jonah. Okay. Entschuldige. Úler. Um. Nice. Oh, dasätzlich. Ich schaube es ein. Also ein Böse in und auf die Hand ist. Der Abstand ist ein Böse aus. Ein Böse auf die Schaube. Und ein Böse auf die Quante ist. Und die Arrows spread a pool of fire and impact. Klingt auch perfekt. Werden wir ebenfalls noch Skills, die wir upgraden können. Nämlich genau hier. Bekommen sie even more deadly, allowing you to kill almost any enemy. Yes, please. Sehr gut. Sehr gut. Neuer Bogen ebenfalls. Läuft doch alles perfekt. Können wir ihm... Ne. Leider keinen Arrow verabreichen, aber... Ja, dafür, wenn das nochmal behoben wird, der Bug hier. Herr Roth, ich weiß, dass du mich aufhörst, Lara. Aber ich bin schwer auf sie für eine Worte. Dieser große, expensive Schiff und alle ihre Menschen sind in die Unchartedung, gefährliche Worte, basiert auf ihre Theorie. Lara braucht zu verstehen, dass die Worte diese Verantwortung. Ich weiß, dass es deine Aufgabe war, aber manchmal glaube ich, dass du sie nicht eigentlich deine Frau ist. Keiner anderen kann weggehen, mit stehern die Endurance in den Dragons-Triangle, ohne, zumindest, irgendwelche Hard-Evidenz. Also, du sagst mir. Was hat dich überzeugt? Sie ist smart. Ich gebe sie das. Und ich verzeuge, die Expedition hat das Potenzial. Aber große Ideen und grander Plans werden uns nur so weit entfernt. Du, wie ich weiß, dass nichts wie das immer geht, wie der Plan ist. Lara ist green. Wenn die Scheiße auf die Fähre und sie schreie, wird jemanden getrennt. Vielleicht wird es alles gut sein. Aber bis wir nach Hause safe und sound mit einem Paket von Richtigkeit sind, werde ich nicht der Mädchen keinen Schlag geben. Wunderbar. Auch jemand, den ich generell ins Wasser werfen würde, ganz ehrlich. Okay, die Richtung, alles klar. Lara, die Endurance-Beatsch ist an der anderen Seite des Clips. Wir können wahrscheinlich das neue Boot nutzen, um deinen Weg weg zu gehen. Ah, ja, okay. Moment. War da nicht hier hinten irgendwo eine Tür, die wir nicht öffnen konnten? Ich meine nämlich schon. Mit dem Bow, den wir jetzt haben, sollte das auf jeden Fall möglich sein. Außer warum dieses Upgrade für stärkere Arrows. Könnte gut sein. Ah, ja, Moment. Ich glaube, hier vorne war es genau. Doch nicht. Dachte eigentlich. Wups. No. Leibst du wohl stehen? Mamit. So, Upgrade, Upgrade. Upgrade. Wunderbar. Hat sich gelohnt. Direkt ein bisschen Miet bekommen und direkt ein Upgrade. Shoot Arrows at Cracky Rocks to create rope lines. Ah, ja, alles klar. Noch mehr Mobility quasi. Da oben sehe ich auch gerade wieder eine Möglichkeit, dass wir uns da ein bisschen austoben können. Da rechts oben. Wir sind so früh abgestimmt. Klingt auf jeden Fall nicht gut. Hat er irgendetwas zu verbergen? Hm? Oh. Dankeschön. Ja, dachte ich mir schon, dass wir da hinten hin müssen. Das ist schon mal kein Side-Tracking, was wir dann machen. Two out of three Boat Parts. Boat Parts. Da ist man noch nebenbei. Okay, auf sind wir mit uns. Das ist schon mal, dass wir hier noch ein Collector oder sowas haben. Ja, genau so sieht's aus. Juhu. Boom. Hm, ging doch schneller als ich dachte. Tihi. Oh. Die Schirrste Nachtmärme. Sie hat Blatt durch die Runde genommen. Was? Sie hat eine von den Russischen. Und nicht nur eine. Sie hat Dmitri und Nikolai, auch. Oh, Scheiße. Kim, hat jemand gesagt, Boris? Er ist rief über den Salvertropen. On die Kiste, sie kommt in. Ich glaube, er weiß nicht, was passiert. Er weiß, dass seine Brüder sind tot. Ja. Ich bin ein Ding. Ja. So, den... Gut, muss ich sagen, den Pfeil nehme ich mir auf jeden Fall wieder mit. Genau so sieht es auch aus. Da kann ich mir noch Savage-Parts holen, aber ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. Ähm... Na, gehen wir hier weiter. Hm? Ach, die Affe war das mit Affe, aber anscheinend muss ich doch wohl den anderen Weg rum, ne? Ja. Vielleicht auch nicht. Hier. Das hilft ungemeiner aus. Aber man fühlt sich da irgendwie direkt sicherer. Sicherer. Noch mehr Loot. Danke für den Sound-Effekt. Ja. So, Mensch. Hier vorne muss ich hin, okay? Okay. Nichts leichter als das. Ja. 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 ist noch nichts. Okay, kommen wir schnell wieder zurück. Ich habe gerade überlegt, die Shotgun-Emmo noch mitzunehmen, aber für einen Schuss, glaube ich, lohnt es sich nicht unbedingt. Ist ja kaum was an Wert verloren gegangen. Nur keine falsche Scheu. Und noch mehr Salvage. Ich glaube damit, ne, wie viel waren es? 450 glaube ich, für das Upgrade für den Bogen? Ich glaube, okay, das ist ein Tomb. Ich glaube, 450 war es für das Upgrade für den Bogen, aber das werden wir ja gleich sehen. Wir haben ja vor der Tomb eigentlich immer noch ein Fireplace, da können wir nochmal nachschauen, dass wir uns dieses Feuer-Upgrade auf jeden Fall auch noch gönnen für den Bogen, weil das klingt verdammt gut. War es 350? Kommando-Rifle. Ah ja, stimmt, wir haben die Rifle-Parts auch gefunden, richtig. Ah ja, 350. Ein bisschen was brauchen wir noch. Frag-Renade. Schrapnel-Detonation. Das ist das, die Leute aus Bogen reduzieren Recoil. Okay. Okay. Increases Zoom Magnification. Ja, okay. Okay. Schwer dazu Nein zu sagen. Schwer. Schwer dazu. Dr.